Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lego Star Wars 3 The Clone Wars mit dem einzig wahren Drachenburschen und natürlich auch dem einzig wahren war ich meine natürlich den Jokets. Wir grüßen heute nämlich Gamba, das ist ein Hund. Und Paul. Paul Panzer? Ne, nur Paul. Ja, Paul ohne Panzer. Paul ohne Panzer. Ist ja kein Käfer. Oder eine Schildkröte. Ist ein Mensch. So, und dann fliege ich wieder zurück. Komme ich raus? Na, umso besser. Schon jetzt? So, und jetzt schauen wir hier drüben. Ja, okay. Nein, ich war doch schon so gut wie drüben. Äh, können wir das nicht nochmal irgendwie bewegen oder so? Ah, hier kannst du doch was aufbauen. Guck doch mal hier hin. Da ist doch noch was. Waschmaschine siehst du keine mehr, oder? Von den Evil Waschmaschinen. Ich kriege mir das da hoch zu fliegen. Brauchen wir den Kran vielleicht irgendwie nochmal? Das ist da, warum nur eine Münze habe ich auch schon gemacht. Ich habe hier irgendwas zusammenbauen oder so. Also irgendwie muss ich hier rüberkommen ohne zu sterben. Irgendwie müssen wir das, kannst du irgendwie noch drehen oder wir können mit dem Ding noch mal ein bisschen fahren oder so. Da ist doch noch so ein Ventilatoren-Ding. Das ist doch noch so ein Ding hier. Ne, das ist nur direkt unter ihm. Vielleicht müssen wir auch in die Richtung weiter. Zumindest habe ich ihn auch mal bedient. Aber wir haben ja, vielleicht können wir das Ding auch nehmen hier. Das da. Siehst du das? Das Ding können wir doch einfach wieder weiter abbauen, oder? Ja, natürlich siehst du. Drachen-Bursche hatte die Idee. Alles gut. Ne, ich kann es hier irgendwie... Obst, Entschuldigung. Entschuldigung. Wolle ich nicht. Naja. Aber man könnte so nirgends wo drauf bauen, oder? Vielleicht kann man eine Hand nehmen. Hallööö. Nein. Ich dachte, ich hätte jetzt hier die Idee gehabt, aber... Nee. Aber irgendwie muss man ja darüber... Ah, warte mal, da kann man doch die Dinger vielleicht abschießen, sodass diese Brücke da aufgeht. Was? Was willst du abschießen? Das will ich abschießen. Irgendwie diese Brücke runterziehen. Vielleicht mit der Macht oder so. Äh... Wir müssen da halt irgendwie drüber kommen. Die Frage ist nur, wie kommen wir da irgendwie drüber? Ah, indem wir zum Beispiel das Ding zerstören. Ja, zerstören ist alles in dem Spiel. Kannst du immer wieder betonen, wir müssen wahrscheinlich, weil da nach hinten gehen, einfach. Ja, wir können das komplett Ding zerlegen, glaube ich, oder? Nö. Ja, dann kann man da hochspringen und damit Django rüberfliegen. Oder man kann... Aber man kann das Ding auf jeden Fall da umzerstören. Das... Hey, ich ist. Ne, das kann man nicht zielen. Dann kann man auch noch weiter in die Richtung gehen. Da oben, da drüben sind dann... Haben wir gerade gedacht, wir haben hier die Lösung gefunden. Dann sollte es doch nicht sein, oder was? Hm. Aber sind die hier theoretisch schon drüber, oder? Nein! Ne. Ne. Warte mal. Wo ist denn? Wo ist er denn? Wo ist mein Freund, der... Wo ist er nicht geflogen? Hast du gesehen, er hat sich geweiht, zu fliegen. Aha. Was sagen wir dazu? Dazu sagen wir... Cheetah. Gut gemacht, sagen wir dazu. Cheetah. Dann müssen wir aber eh... Wenn wir glaube ich noch einmal... Nicht da reingehen, auf keinen Fall da reingehen. Cheetah. Hier gibt es wie auch noch Zeug. Zeug, was wir holen können und müssen. Ah, ich habe hier eine von den Waschmaschinen gefunden. Nein, du... Waschmaschine 3, wenn ich mich recht erinnere. Noch ein Minu-Kid. Sehr schön. Siehst du, jetzt habe ich auch aufgemacht. Aber es musste ja irgendwie mit Fliegen gehen, weil wir hatten ja... Aber jetzt, woher hätte man nichts dabei gehabt. Gar. Uns wären gar keine mehr angezeigt, oder? Siehst du irgendwas noch? Gut. Dann könnte das ja bedeuten, dass wir im nächsten Abschnitt gehen sollen. Wir haben uns aber gerade immer schon wieder sehr intelligent abgegeben. Ja, wie immer. Wir sind intelligent. Natürlich. Wenn nicht wir, wer sonst... Geh reinkommen. Ich warte hier. Okay, gut. Dann geht es in den nächsten Abschnitt. Oh, wir wurden getrennt. Oh nein. Oh nein. Wird er das überleben? Getrennt? Die Trennung. Werden wir sie überstehen. Ich weiß noch, dass wir hier auch ewig gebraucht haben würden, weil wir dazu kommen, dass wir es gecheckt haben. Kann ich mich noch schwach erinnern. Ich werde nicht gecheckt, was wir machen müssen. Wir haben irgendwie mit Macht. Weil wir ja theoretisch zu dem Zeitpunkt auch noch jemand mit Macht hatten. Ach, gut. Man kann das kaputt machen. Wo ist die RZO Einheit? Ja, Astro-Manch. Und so kommen wir auch weiter. Gut gemacht. So verhält es nicht weiter. Ein Sammeln. Man sagt vielmals für die Hilfe. Ja, gern geschehen. Weiß ich, bin immer hilfsbereit. Wenn nicht du, wer sonst... Ja, das frage ich mich halt auch mal. Na, da muss ich da dran. Anscheinend musst du es da dran. Warum tust du mehr weh? Ich weiß es nicht. Ich mache ja Arbeit. Ich erledige die Dinge, die getan werden müssen. Einfach gegen Uhrzeige sind. Da kann man nicht viel falsch machen. Oh, hi, auch. Erleicht kennenzulernen. Oh, mal. Das macht die Fizze oben. Wir müssen beide weiterkommen in unserem Abschnitt, oder? Na, na, ich liebe diese... ...exklusiven Sachen, die der Django hat. Ich glaube, du musst jetzt irgendwie gleich zu mir, oder her? Keine Ahnung. Aber hier gibt es auch keine Sachen zu finden, gerade. Oder doch, bei dir wird eins angezeigt. Aber dass du hier irgendwo noch das Minikid findest. Vorher mache ich nicht weiter. Ich gehe noch mal ein bisschen zurück bei dir. Irgendwann muss man was. Ich bin hier reinfolge. Rot-Gelb-Grün. Die Ampel. Okay. Macht, macht, macht. Und dann einmal rot. Nach ganz oben. Nein, ich wollte nach oben das Rot haben. Nee, das ist hier noch nicht bei mir schwer. Ja, das ist hier irgendwie alles, wenn ich erst weitergehe. Na dann. Rot. Gelb auf die zweite Etage. Auf die zweite Etage. Genau. Und dann zu guter... Nein. Rot bleibt oben. Und dann zu guterletzt noch grün hier reinbauen. Boah, ich bin halt schon mal weiter, ne? So kommst du einfach... Ah, ja. Ich glaube, Rot war noch ganz fach. Nein, nein. Ich will Rot haben. Na, die sind zusammengebaut oder wachsen. Gewachsen oder was? Ah. Dinge, die funktionieren, wie sie sollen. Ja, jetzt aber. Willkommen bei Lego. Willkommen bei Lego, ne? Ich glaube, das hätte mir normalerweise Mininkick gebracht. Brauche ich den Astromech-Droiden? Äh. Oder Colt-Droiden. Wo ist er denn? Eines von fünf, zwei von fünf. Oh ja, mit dem Raketenwerfer kommst du mir nicht voran. Kommst du gut voran? Äh, nicht, dass ich dann... Du kommst, da kommst du dir, oder? Nicht, dass ich dann weiter irgendwo... Beide irgendwo in Haut. Ich hoffe, dass ich bei dir rauskomme. Äh... Also auf jeden Fall sind wir zwei Mininkicks-Verreise. Ich glaube, ich bin nicht da, wo du bist. 3. Und ich bin tot. Und ich bin tot. Und ich bin tot. Und zur Hölle bin ich. Egal, ich bin mir jetzt noch nie geklafen. Der macht... Macht ist stark. Das ist so gut. Nein. Ich bin einfach überkämpft. Wir sterben. Nein. Nein, 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 ich habe mich nur temporär. Ja, alle ausgeruht. Ah, hier haben wir. Hier war aber auf jeden Fall noch nicht. Oh, ich bin mir was markiert. So, ich bin dran. Also, Jenga-Fett kann eindeutig länger fliegen als die anderen. Jenga-Fett. Jenga-Fett ist, glaube ich, der beste Flieger in dem Spiel. Ich sehe nicht so recht, was hier ist. Ich weiß nicht, dass hier was ist. Wo war denn nochmal der Raketenwerfer? Denk dran, irgendwo geht's da, wie ich will was schmischen. Kann ich hier reinkriegen, oder was ist hier los? Ah, ich hatte das nicht gezogen, oder? Ah, ich habe ja irgendwas freigeschaltet. Also, ich habe mich auch, ich habe mich nicht freigeschaltet. Ah, zwei Minikätser, schnell ganz gehen. Was sagt los, du auch? Ja, ich habe jetzt aber schon acht. Das ist, ich weiß nicht genau, wo es ist, aber bei mir geht's, glaube ich, gerade keine mehr. Okay, hier kann ich eh noch nichts machen, dann bräuchte ich jetzt mal den Jedi. Und alle auch rüber. Ach, darum muss man sich nicht zuziehen, okay. Hier auch nochmal die Seite. Aber wir haben ja das schnell, wir haben ja das schnelle Schnitzeln wie Torpedos frei, aber wofür schalte ich hier Torpedos, weiß ich nicht, so dass ich jetzt hier irgendwie... Ne, vielleicht da kommt, da kam vielleicht noch ein Bosskampf oder so. Irgendwas war da noch. Bei dir ist noch ein Minikäter, auf jeden Fall. Und irgendwo muss es noch Waschmaschinen geben, und vier noch zwei Waschmaschinen. Ne. Also doch, und vier noch. Waschmaschinen hatte ich mindestens vier von fünf. Echt? Oh, mir wurde gerade wieder ein Minikit angezeigt. Wie kann ich jetzt das hier freischalten? Wurde mir ja gar nicht ein Minikit angezeigt. Hä? Wie wird mir ein Minikit angezeigt, aber ich weiß nicht, wie ich da rankommen soll. Hm. Könnte sein, dass ich so gleich sagen kann. Ich muss ja noch ein bisschen eskalieren gerade. Ops. In der Hoffnung, dass irgendwas passiert. Irgendwas, was mir persönlich weiterhilft. Oh. Ich kann als, ähm... Autsch. Ne, hier kann ich echt da rumballern. Was, das kann, das kann jeden machen? Was? Die Dinger werfen, ja. Ich wusste nicht, dass die Torpedis von... Torpedos von Jelie benutzt werden können. Ja, Jelie sind halt mächtig. Aru, Aru, Aru. Oh, wo sind die Waschmaschinen? Es darf nicht an den Waschmaschinen scheitern, Herr Jokis. Es darf einfach nicht. Ich dachte, ich hätte alle Waschmaschinen. Ich würde noch nicht weitergehen. Ne, werde ich doch nicht. Oh. Oh, hallo. Ja. Lang nicht gesehen, altes Haus. Grinny. Aber gerade irgendwas aktiviert. Ich hoffe, ich komme dann bald zu dir. Oh, was habe ich getan? Was fragen wir uns alle? Weil ich würde halt... Ja. Oh, ich habe die Waschmaschinen echt übersehen gehabt. Oh, verdammt. Ja, weil ich hatte vier von fünf. Du hast vier von fünf. Ja, gut, aber jetzt mal die Waschmaschine hier. Bevor ich irgendwas anderes mache, was am Ende dann dafür sorgt, dass wir es nicht schaffen. Die Waschmaschine ist jetzt das Ziel. So, waschmaschine. Jawohl. Die Waschmaschine ist fünf von fünf. Perfekt. Da gibt es nur noch ein Minikit. Ich glaube, ich habe auch eine Idee, wie ich es bekomme. Oh. Lass mal, wie du es noch in Ruhe. Obwohl, bei dir ist jetzt ein Minikit angezeigt, oder? Ja, hier muss jetzt irgendwie gleich eins sein. Wart mal kurz, bevor du ihn noch irgendwie weiter angreifst. Nicht, dass wir dann irgendwas auslöst. Oh, hallo. Au. Ich habe irgendwas aktiviert. Ich habe irgendwas aktiviert. Ich habe keine Ahnung, was ich getan habe. Wenn ich da noch irgendwas machen, kann ich irgendwie offenbar irgendwas ausrichten. Also aktiviert gehabt, den Schalter. So, oh, die Tür ist offen, super. Supi. Wüsste ich zu gerne. Wieder mal die Tür öffnen. Wüsste ich öffnen, was man halt so macht. Was man halt so macht, als gewissene Haft-Toyedi. Türen öffnen. Türen öffnen, Türen öffnen, Türen öffnen. So, und jetzt gehen wir noch zu anderen Leiter. Also nicht irgendwie oben noch was machen, oder so. Ich befinde, dass ich hier, weil das Level verändere. Ich will das Level eigentlich nicht verändern. Ne, ne, warte mal, ich will jetzt hier. ATR-Toyedi muss ich, äh, so. Und jetzt ziehen wir hier auf Grievous, und dann sollte ich rein. Genau, perfekt. Achso, ja, dann aktiviert das mal. Was auch immer das ist. So, die Frage, ne, so hier, warum ist hier kein Medikid mehr. Also mir wird, wie flammen wir denn? Wir haben 19,1, irgendwo. Ja, wahrscheinlich nicht gesagt, weitergegeben. Ja, warum muss ich hier? Ich könnte leider um die Dröhne die Kast kümmern. Einfach runterschmeißen. Wo? Special Effects, aha. Also echt, das wird in der Mitte angezeigt, oder? Also, egal, ich aktiviere es. Das ist komisch. Ich aktiviere es jetzt einfach mal bei mir. Also, was auch immer es ist. Nein, nein, nein. Kein Fall. Ja, nicht, dass ich vielleicht ist es ja das, was... Au. Okay. Grievous, ich habe dich auch lieb. Das bringt mir, kannst du denn auf den Knopf draufdrücken? Oh, das ist gut, die... So auszuschalten. Hast du auf den Knopf schon mal draufgedrückt da hinten bei dem? Nee, weil ich habe... Also, weißt du, die hier angezeigt. Aber, ja gut, du gehst einfach mal da hinten rein. Ja, ich kann auch das hier hochziehen. Nee, 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 nee. Meinst du, das ist zu Ende, wenn ich das da hochziehe? Warte, geh noch nicht weiter. Vielleicht, da kommst du wahrscheinlich zu mir, oder? Oder du kannst noch mal woanders hin? Das ist hier die Frage. Hm. Ich habe halt echt keine Ahnung. Skrill ist ja nicht noch irgendwo unterwegs. Ja, aber du machst ja immer das gleiche, oder? Du kannst ja, da ist auch nicht irgendwas in der Luft, oder was du noch machen kannst. Ja, Skrill ist unterwegs, aber du musst immer das gleiche gegen ihn, oder? Du gehst nicht irgendwie in andere Räume rein, oder so. Du warst ja schon in alle Räume, hast schon alles aktiviert. Da oben kommst du nicht hoch. So, jetzt fliegt er, keine Ahnung, wie ich will dich dann auch nochmal sicher gehen, weil ich meine, ich hab halt... Ja, 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 klar. Keine Ahnung, ob ich hier, gibt's hier irgendwas, was ich hier noch machen könnte? Ja, da kommt immer nur eine neue... Oh! Ja, da kommt bloß immer nur eine neue Story. Die Saiyan hat sich nichts mehr dran. Ja gut, dann gehe ich da rein, in den Raum, ne? Ja, dann aktiviere ich das Ding mal. Jack, Nein, 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 nein. Ich gehe erst hier hinten, vielleicht irgendwie das Ding bei dir auch unten was. Wir wollen kein Risiko eingeben. Ja, vielleicht wenn du nach oben fährst, dass dann alles vorbei ist und ich will nicht mehr... Hi. Hi. Du bist da bei dir gleichzeitig runterdrücken. Das ist bei dir das heißt, wir kommen nicht mehr hin. wir müssen das leider einsehen wir haben das mit verpasst gerade ich meine dass wir das hier wäre doch dann dieses hochziehen wenn du doch jetzt das level sagst du ja ich bin relativ ich weiß nicht aber ich vermute es mal sehr stark wir können das schiff dadurch irgendwie längst längst auf dem planeten drauf ja genau kann man noch mal herkomme herrscht ist egal ich bin noch ein bisschen besuch ob wir hier noch mal gleichzeitig aktivieren können diese dinger hier die jahr schon vorher zusammen runtergetan ich glaube du brauchst nicht mehr steuern oder fliegt alleine drauf zu jetzt jetzt wieder mal unterfahren aber es ist nicht vergönnt er hat ein paar gegner besiegen dann geht es abwärts das ist eigentlich dass eine linke verpasst haben aber es ist so blöd man nicht genau weiß wo es weiter aber ich hätte jetzt auch echt keine ahnung gehabt wie ich das kriegen soll ist jetzt auch nicht mehr zu ändern und da kommen wir nicht noch mal nicht wieso gegen noch eine tür auf ja gut aber wenn du die türen reingehst dann ist das level abgeschlossen naja was soll man machen immer ein neun von zehn haben war man kann nicht alles haben das in der dich was ihr heute gelernt habt im leben man kann nicht alles haben war da eigentlich denn hier zusammen ich weiß nicht sieht aus wie so ein piloten was der mit episode was der mit klaren was zu tun hat er hat bestimmt irgendwas mit klaren was zu tun auf jeden fall weiter geht's weiter geht's schaust man ja nicht auswählen kann in welchen level abschnitt man wieder rauskommen will oder dafür ist es dann doch zu alt das ist ja bei neuen und man kann auch nicht in den level speichern aber naja war zu als 63 prozent haben wir mittlerweile schon 14 stunden gespielt und wir machen eine kleine pause sehen uns dann im nächsten part bis dann wünschen wir euch beide eine wunderbare zeit und möge die macht mit euch sein der part von lego star wars 3 ist leider schon vorbei zum nächsten part kommst du wenn du einfach auf das bereits laufende video im video klickst mich würdest natürlich freuen wenn du diesem video einen daumen nach oben gibst wenn es dir gefallen hat und natürlich kannst du auch meinen kanal abonnieren dann wirst du in zukunft auch sicher keine videos mehr von mir verpassen wenn du auch sonst keine informationen mehr zu meinem kanal verpassen willst dann solltest du unbedingt mal auf meiner facebook seite auf meiner twitter seite und auf meiner google plus seite vorbeischauen die links dazu findest du in der video beschreibung ich wünsche dir eine wunderbare zeit und möge die macht mit dir sein